Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ram Digger hat einen neuen Clip zu dem Track V-Puck. Und den Song habe ich ja schon mal bereits gehört, aber jetzt gibt es endlich mal ein Video dazu. Und ich glaube, Ram Digger hat mich erhört, weil ich gesagt habe, irgendwann mal reicht es, die ganze Zeit nur Audio zu machen. Es muss auch ein Video kommen. Und ich freue mich, ich freue mich, mir das anzuschauen. Und eins noch, es gibt jemanden hier in der Nähe von mir, der will nach Prag fahren zum Konzert von Miyagi und Endspiel. Und vielleicht komme ich auch nach Prag oder fahre ich nach Prag, um das Konzert mir mal anzuschauen. Ansonsten, lass uns mal anschauen diesen Clip. Ich muss zugeben, ich könnte mir diesen Song sehr oft anhören. Ich finde hier die Stimme von Ram Digger ziemlich geil. Ich habe den Song auch sehr oft gehört, gebe ich offen zu. Apropos, ich habe im letzten Video auf diesen Song eine Hook gemacht. Und das mache ich jetzt nochmal. Also bitte nicht wundern, wenn auf einmal gleich Terror anfängt zu rappen. Päpä. Ja. Auch wo ich in Russland war, habe ich gemerkt, dass die Russen lieben den Kampfsport, ja, Boxen und, wie heißt das andere, Samba? Glaube ich heißt das, ich weiß es nicht. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Ja, das ist sehr auffällig gewesen, ja. Das finde ich gut, Respekt. Auch der Text von Ram Digger ist sehr geil, ja, weil das einfach ein Straßentext ist für die Leute aus der Straße. So finde ich das. Sehr schöner Text. Sogar die Kleinen machen mit, ja. Sogar die Kleinen werden schon, wenn, wird beigebracht, sich zu wehren, ja. In Deutschland würden die da weinen. Oh nein, er hat sich verletzt. Wegen Ahmad hatte ich Messerstiche rein. Ich sah das erste Mal vor meinen Augen Menschen in den Rhein. Meine Vergangenheit, etliche Knochenbrüche. Ich sah arabische Brüder Drogen nehmen in der Küche. Und dann kamen meine Kinder und ich schloss meinen Frieden. Schau, Spiel, Rapper sind auch ProSieben. Keiner von denen wird leben wie ein Pack. Stechen wie ein Pack. Mit neuner Miele schießen wir ein Pack. Bam. Ja. Sofort eine Hook reingehauen. Ram Digger, wenn du das siehst, lass uns ein Feature machen. Äh, Moment. War das nicht diese eine Rapper? Oder? Oder? Oh, ich dachte, das wäre dieser eine Rapper von Gasgolda. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Oh mein, jetzt habe ich es vergessen. Nein. Nein. Fuck. Ich finde immer noch diesen Übergang einfach. Ach so, ja, der Rapper, jetzt macht Boom, der Rapper, der nicht meinte, Basta. Ich dachte, das wäre Basta. Diese Stimme. Boah, wie viel Schnee in Russia ist, Alter. Bei uns ist hier dieses Jahr Schnee gefallen für, ich glaube, sechs Stunden, da war der Schnee wieder weg. Ja, ich habe keinen Schnee gesehen. Ich finde diese Stimme von Ram wesentlich besser. Äh, also wenn Ram so rappt mit dieser Stimme, ja, finde ich ihn wesentlich besser. Ich mag das. Ich mag irgendwie auch seine Stimme. Äh, die, äh. Ich frage mich, wenn ich nach Prag komme, ja, auf dem Konzert, ob Ram auch da sein wird, ja. Weil Ram und, äh, Miyagi und so sind ja alle gute Freunde. Und, ähm, vielleicht treffe ich Ram auch. Also, wie gesagt, ich finde den Song mega, mega klasse, ja. Ich muss jetzt ganz kurz das Video, also ich muss das Video stoppen, weil da ist jemand gerade, da ist jemand gerade zu mir gekommen. Wir sehen uns. Tschüss.